Dies ist ein Hörerlebnis von Goya Libre aus dem Hause Jumbo Neue Medien und Verlag GmbH. Leise öffnete ich das Fenster und blickte hinab. Ein Kreuzchen krächzte vor sich hin. Ein leichter Windzug zerrte an meinen Haaren und ich beäugte den breiten Ast des Ahornbaumes, der direkt vor meinem Zimmer war. Alles klar, dann mal los. Geübt schwang ich meine Füße nach draußen und stellte mich auf den schmalen Sims, ehe ich mich umdrehte und den Ast vor mir fixierte. Das Adrenalin surrte in meinen Adern. Tief atmete ich durch, bohrte die Finger in die Fassade und stieß mich ab. Die Schwerkraft zerrte an mir, während ich den Ast packte und blöd aufkam. Ich merkte es im selben Augenblick, als meine Hand nach dem sonst soliden Holz griff und nur Blätter erwischte. Ich unterdrückte ein Kreischen, als ich nach unten fiel. Sehr weit nach unten. Keuchen tastete ich nach dem nächsten Ast, versuchte mich irgendwo festzuhalten, doch vergeblich. Das Einzige, was ich erreichte, war, dass mir einer der Zweige gegen das Gesicht schlug und noch Blätter unter meinen Fingern zerrissen. Bis ich mit etwas Hartem und zugleich Weichem kollidierte. Rums! Meine Stirn knallte hart gegen irgendetwas. Ein spitzer, fieser Schmerz schoss mir durch die Schläfe und ich sog scharf die Luft ein. Irgendjemand stöhnte. Im nächsten Augenblick lag ich auf einer harten Brust, die sich unter heftigen Atemzügen hob und senkte. Was zum Teufel sollte das? kam es ächzend von der Brust unter mir. Ich erstarrte, blinzelte, richtete mich auf und bemerkte nur am Rande, wie sich mein lockerer Haarknoten löste, sodass überall neben uns Twizzlers zu Boden prasselten, die ich darin vergessen hatte. Ich lag auf einem Gott. Eve! rief ich und zog sie keuchend unter dem Balken hervor, der zum Glück so gefallen war, dass er nicht mit seinem ganzen Gewicht auf ihr gelandet war. Ich hab dich! Ich lass dich nicht los! versicherte ich ihr. Vielleicht auch mir selbst, denn Eve sah leichenblass aus. Dunkles Rot ran ihr die Stirn hinab und ihre Lider flatterten, als würde sie immer wieder das Bewusstsein verlieren. Okay, flüsterte ich und sah mich um. In der Mitte des Bodens klaffte ein großes Loch. Das Holz ächzte und knarrte. Wir mussten raus hier. Vorsichtig stand ich mit Eve im Arm auf und machte einen Schritt weg vom Loch. Sofort wurde das Knarren lauter und ich erstarrte. Mein Herz schlug viel zu schnell. Scheiße! Was sollte ich nur tun? Langsam wich ich an die Wand zurück, sank zu Boden und drückte Eve an mich, während ich mein Handy wieder aus der Tasche priemelte. Zitternd wählte ich seine Nummer und lauschte dem Tuten am anderen Ende. Es klang endlos. Sohn? Zachary. Seine Stimme ließ mich erleichtert aufatmen. Wir brauchen Hilfe, krächzte ich. Wir sind schon da, antwortete dieser und tatsächlich glaubte ich, das Heulen von Sirenen zu hören. Wo seid ihr? Oben, im zweiten Stock. Ein Teil davon ist jedoch eingebrochen. Wir sitzen fest. Die Prinzessin ist verletzt. Sie braucht dringend einen Krankenwagen. Zwei Minuten, antwortete Zach und legte auf. Inzwischen zitterte ich am ganzen Körper. Beinah verzweifelt klammerte ich mich an das Handy und an Eve. Ich hasste dieses Gefühl, nichts tun zu können. Es blieb mir nichts anderes übrig, als auszuharren, das Mädchen an mich zu drücken und zu warten. Es fühlte sich wie eine Ewigkeit an.